Was ist Religion? Was eigentlich damit gemeint ist, dass wir gar nicht so genau wissen, was dieses Wort Religion eigentlich bedeutet. Machen wir uns das doch mal anhand einer kleinen philosophischen Aufwärmübung bewusst. Ich nenne Ihnen jetzt eine Reihe von Phänomenen und Sie überlegen sich, ob es sich bei dem jeweiligen Phänomen um eine Religion oder etwas Religiöses handelt oder nicht. Okay, also Beispiel Nummer eins, das Christentum. Okay, das ist jetzt relativ einfach. Ja, das Christentum ist eine Religion. Für die meisten von uns dürfte das auch die prototypische Religion schlechthin sein. Also die Religion, die wir am besten kennen, die am ehesten das widerspiegelt, was wir mit dem Begriff Religion eigentlich meinen. Also ja, klare Sache, das Christentum ist eine Religion. Gut, nächstes Beispiel. Tennis. Keine Religion. Eigentlich auch, ganz klar. Oder doch nicht? Gibt es nicht so etwas wie Leute, die mit einem religiösen Eifer Tennis spielen und Tennis-Fans sind? Und wenn Ihnen das für Tennis jetzt ein bisschen komisch vorkommt, wie ist es denn mit Fußball? Kann man nicht von einigen Leuten sagen, dass Fußball ihre Religion ist, ohne dass man das ganz unernst meinen muss? Also hier die Sache gar nicht so ganz klar. Nächstes Beispiel. Der Buddhismus. Okay, Buddhismus, das ist wohl auch eine Religion, aber wenn Sie sich ein wenig mit dem Buddhismus auskennen, dann werden Sie wahrscheinlich wissen, dass diese Frage, ist der Buddhismus eine Religion, durchaus umstritten ist. Nicht wenige würden sogar sagen, der Buddhismus ist gar keine Religion, sondern das ist eine Philosophie oder vielleicht auch so eine Art Bewusstseinswissenschaft. Und ja, der Buddhismus lehnt den Glauben an einen Gott, so wie ihm das Christentum oder der Islam verkünden, ab. Und in einigen Strömungen des Buddhismus kommt auch gar kein Bezug auf irgendetwas Übernatürliches vor. Also wenn der Buddhismus eine Religion ist, dann ist diese Religion ganz schön anders als alle Religionen, die wir sonst so kennen. Nächstes Beispiel. Die Epikorea. Die Epikorea, naja, das ist eine Philosophenschule und keine Religion, oder? Aber warum eigentlich nicht? Immerhin, es handelt sich doch bei den Epikorean um eine klar abgegrenzte Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft wird zusammengehalten durch ein gemeinsames Bekenntnis zu einer bestimmten Lehre. Und diese Lehre, die betrifft eben Vorstellungen vom Ursprung und der Natur des Universums, vom Wesen der Götter, vom Sinn und vom Ziel des Lebens. Also durchaus das, womit sich auch viele Religionen beschäftigen. Also dafür, dass wir den Epikoreismus normalerweise nicht als Religion verstehen, hat er eine ganze Menge gemeinsam mit einigen typischen Religionen. Warum also nicht auch sagen, der Epikoreismus ist eine Religion? Noch ein Beispiel, der Sozialismus. Der Sozialismus ist natürlich keine Religion. Im Gegenteil, also der Kampf gegen die Religion, gegen die Kirchen und die Ablehnung jedes Glaubens an das Übernatürliche gehört ja sozusagen in die DNA des Sozialismus hinein. Auf der anderen Seite, gerade der klassische Sozialismus hat aber auch einige Elemente, die durchaus religiös wirken. Überlegen Sie sich doch mal. Es gibt heilige Texte, verkündet von weisen, unfehlbaren Propheten. Das wären in dem Fall Marx und Engels und ihre Schriften. Es gibt eine Priesterkaste, die elaborierte Rituale zelebriert, also die kommunistische Partei und ihre Parteitage. Und es gibt eine kosmische Mythologie. Von Fall und Erlösung. Es beginnt mit dem Urzustand, die Urgesellschaft ohne jedes Eigentum. Dann kommt der Sündenfall, die Erfindung des Eigentums. Und dann Schritt für Schritt der Aufstieg hinauf ins Paradies der kommunistischen Gesellschaft. Also abgesehen von dem Glauben an das Übernatürliche, finden wir eigentlich eine ganze Menge Dinge, die eigentlich nur Religionen in sich haben, im Sozialismus wieder. Könnte man daher nicht sagen, der Sozialismus wäre so etwas wie eine materialistische Quasi-Religion? Letztes Beispiel, Weihnachtsgeschenke. Und hier fängt die Sache an, langsam unklar zu werden. Also natürlich, einerseits ist Weihnachten ein christliches Fest und Weihnachtsgeschenke haben ihren Ursprung in einem religiösen Ritual. Bloß heutzutage haben Weihnachtsgeschenke ihren religiösen Charakter ja weitestgehend verloren. Das merken sie daran, dass auch Menschen, die vollkommen unreligiös sind, sich gegenseitig sehr gerne Weihnachtsgeschenke machen. Und sie merken es ebenso daran, dass auch außerhalb christlicher Gesellschaften, in denen das Weihnachtsfest eigentlich gar keine Tradition hat, dieser Brauch, Weihnachtsgeschenke zu machen, mittlerweile Fuß gefasst hat. Also handelt es sich hier überhaupt noch um ein religiöses Phänomen, oder ist das mittlerweile vollkommen unreligiös geworden? Die Frage ist mehr als unklar. Nun, was wir jetzt an diesen verschiedenen Beispielen hier hoffentlich gesehen haben, ist, dass es gar nicht so schwer ist, unser intuitives Verständnis des Religionsbegriffs an seine Grenzen zu führen. Und hier kommt jetzt die Philosophie ins Spiel. Denn eine der wichtigsten Aufgaben der Philosophie besteht ja darin, Klarheit zu schaffen. Also uns verständlich zu machen, was bedeuten eigentlich unsere Begriffe. Wir fragen uns jetzt also, was meinen wir, wenn wir von Religion sprechen? Und machen uns damit auf die Suche nach, na klar, einer Definition des Religionsbegriffs. Aber da fängt der Ärger schon an. Denn es gibt keine allgemein anerkannte Definition des Religionsbegriffs. Und das ist so ziemlich der einzige Punkt, auf den sich alle Religionswissenschaften einigen können. In manchen Fällen hilft es weiter, wenn man sich auf der Suche nach einer Definition in die Etymologie eines Wortes reinbegibt. Das heißt, wenn wir seine Entstehungsgeschichte zurückverfolgen. Schauen wir mal, wohin uns das führen wird bei unserem Begriff Religion. Also unser deutsches Wort Religion stammt vom lateinischen Wort Religio ab. Dieses Wort Religio wird schon in klassischer römischer Zeit von Cicero auf das Verb Religere zurückgeführt. Religere, das bedeutet wörtlich etwas sorgfältig beachten. Gemeint ist jetzt hierbei die sorgfältige Beachtung der rituellen Vorschriften in der kultischen Verehrung der Götter. Oder das sorgfältige Beachten ihres Willens. Für Cicero ist also das richtige Handeln, die richtige Praxis das Entscheidende an der Religion und nicht der Glaube. Also die Idee, dass Religion was mit Glaube zu tun haben könnte, steckt in dem ursprünglich lateinischen Begriff für den Cicero gar nicht drin. Religion ist das achtsame, das korrekte Verhalten den Göttern gegenüber. Allerdings, ebenfalls schon in der Antike, schlägt der christliche Philosoph Lactanz eine andere Etymologie vor, nämlich von Religare. Religare bedeutet wörtlich zurückbinden. Und die Idee ist hier, dass die Seele, die von Gott getrennt ist, durch die Religion, also durch den Glauben jetzt, zurückgebunden wird an Gott. Daran sehen Sie schon, es ist gar nicht klar, was die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Religion oder Religio eigentlich ist. Und selbst wenn es uns gelingen sollte, die Frage nach der Etymologie eindeutig zu beantworten, dann hilft uns das leider auch nicht wirklich weiter, denn dann wüssten wir ja lediglich, was die Römer mit Religio gemeint haben. Aber es gibt ja keinen Grund dazu anzunehmen, dass unser Begriff Religion, unser heutiger Begriff Religion, und das gleiche bedeuten müsste, wie der römische Begriff, nur weil beide eine gleiche Wurzel haben, also aus dem gleichen ursprünglichen Wort stammen. Und das Wort Religion hat auch im Laufe seiner langen Geschichte durchaus einige Entwicklungen durchgemacht. In der christlichen Antike wandelt sich die Bedeutung langsam von der korrekten Praxis der Verehrung der Götter hin zu der Bedeutung der wahre Gottesglaube. Von Augustinus beispielsweise gibt es eine Schrift, die heißt De vera religione, also die wahre Religion. Augustinus meint damit nicht die eine wahre Religion unter den vielen falschen, denn ein Plural von Religionen kennt man in dieser Zeit noch gar nicht. Also es gibt nicht die Vorstellung von einer Vielzahl von Religionen. Gemeint ist damit eher, worin besteht eigentlich der wahre Gottesglaube. Im Mittelalter kommt dann der Aspekt der richtigen Lebensführung vor allen Dingen heraus im Religionsbegriff. Und damit ist insbesondere die monastische Lebensform gemeint, also das Leben im Kloster Religiosi. Das sind dann die Mönche und die Nonnen. Erst mit der Reformation und dem Beginn der Neuzeit fängt dann der Begriff Religion langsam an, so die Art von Bedeutung anzunehmen, die er auch für uns heutzutage hat. Einerseits kommt insbesondere nach der Reformation und mit Luther der Aspekt der Innerlichkeit, des Glaubens hinzu. Und andererseits, spätestens ab so etwa dem 17. Jahrhundert, erlaubt der Begriff Religion auch einen Plural. Das heißt, mittlerweile kann man von verschiedenen Religionen sprechen und sagen, es gibt die Religion des Christentums, des Judentums, des Islam und so weiter und so fort. Also die Bildung eines abstrakten Oberbegriffs von Religion, unter dem dann die einzelnen konkreten Religionen fallen können, ist eigentlich erst so im Laufe der Neuzeit, spätestens bei der Aufklärung abgeschlossen. So, das heißt, der Religionsbegriff, so wie wir ihn heute kennen und verwenden, ist eindeutig ein Produkt der europäischen Geistesgeschichte. Und seine Entwicklung ist nicht zu trennen von den spezifischen historischen und kulturellen Bedingungen, unter denen er sich im, in Klammern, christlichen Abendland entwickelt hat. Wie ist es denn dann, wenn wir versuchen, diesen Begriff über seinen ursprünglichen Entstehungskontext hinaus anzuwenden? Wir gehen ja eigentlich davon aus, wenn wir von den Religionen der Welt sprechen, dass es Religion nicht nur im Westen gibt, sondern auch anderswo auf der Welt. Und dass das, was wir anderswo auf der Welt vorfinden, auch unter diesem Begriff gefasst werden kann. Gibt es denn Religion in anderen Kulturen? Nun, die Wahrheit ist ziemlich kompliziert. Denn, wenn wir genauer hinschauen, stellen wir schon fest, dass selbst innerhalb des Westens und der westlichen Kultur der Religionsbegriff nicht überall anzutreffen ist. Schauen wir mal ins antike Griechenland. Wir werden feststellen, dass selbst dort, in Griechenland, was unbestreitbar ein wichtiger Bestandteil der westlichen Kultur ist, kein eindeutiger Religionsbegriff vorhanden ist. Es gibt verschiedene Begriffe. Auf der einen Seite finden wir hier die Eusebäa, das bedeutet die Ehrfurcht oder die heilige Scheu oder den Respekt, den man den Göttern gegenüber empfindet. Also eine bestimmte Haltung, eine Haltung des Respekts oder der Achtung jemandem gegenüber. Allerdings, diese Haltung ist nicht auf den religiösen Bereich beschränkt, sondern das ist etwas, was man auch allen möglichen anderen Respektspersonen gegenüber empfinden kann. Also zum Beispiel einem Herrscher oder den eigenen Eltern. Daneben gibt es den Begriff der Treskeia und damit ist eine konkrete Handlung gemeint. Also die Handlung im Rahmen der kultischen Verehrung einer Gottheit. Also hier ist einzig und allein der rituelle Aspekt der Religion herausgegriffen. Alle anderen Glaubensaspekte und so weiter sind da nicht mit gemeint. Und schließlich, was auch noch als Übersetzung in Frage käme, ist der Begriff der Latreia. Latreia heißt wörtlich übersetzt einfach Dienst. Und das ist der Dienst an der Gottheit, wie ihn die Priesterinnen und die Priester im Tempel leisten. Aber Latreia kann auch ganz einfach jedwede Art von profaner Dienstleistung gegen Lohn oder so etwas bedeuten. Also es ist auch wieder ein Begriff, der nicht allein auf den religiösen Bereich beschränkt ist. In christlicher Zeit kommt dann noch der Begriff Pistis, Glaube, hinzu. Aber der hat in der alten griechischen Religion vor dem Christentum eigentlich überhaupt keine religiöse Bedeutung. Er hat keinen Platz innerhalb dieser Religion. Das heißt, im antiken Griechenland gibt es keinen Begriff für Religion. Und es sieht so aus, wenn man sich die verschiedenen Begriffe anschaut und wie sie verwoben sind mit anderen Aspekten der Kultur. Es schaut so aus, als hätte man im antiken Griechenland Religion gar nicht als ein separates Phänomen, das getrennt ist von der übrigen Kultur, wahrgenommen. So, ganz ähnliche Schwierigkeiten ergeben sich, wenn wir uns ein bisschen weiter vom Westen entfernen und Richtung Osten gehen. Schauen wir mal einmal ganz kurz in den indischen Kulturraum rein und fragen uns, was ist im Buddhismus und im Hinduismus eigentlich der Begriff von Religion. Ja, und da werden wir feststellen, auch hier mangelt es an einem Begriff, der eine exakte Übersetzung darstellen könnte. Im modernen Indien wird der Begriff Dharma dafür verwendet. Und dieser Begriff hat eine altehrwürdige Tradition, die in die frühesten Anfänge des Buddhismus und der hinduistischen Traditionen zurückreicht. Dharma, das bezeichnet zunächst mal das fundamentale Ordnungsprinzip, die grundlegende Natur der Realität. Und insbesondere im Buddhismus bezeichnet es dann auch die Lehre. Also die Lehre des Buddha wird einfach auch das Dharma genannt. Wenn nun Buddhistinnen und Buddhisten den Buddhismus oder die buddhistische Lehre als Dharma bezeichnen, dann drücken sie damit vor allen Dingen aus, dass es sich hierbei nicht um ein Dogma handelt oder eine Offenbarung, sondern einfach nur um eine faktische Beschreibung der Realität. Die Realität ist so, wie sie ist. Das ist das Dharma. Und der Buddha hat diese Erkenntnis, diese Realität einfach verkündet. Also Dharma heißt im buddhistischen Kontext nicht einfach irgendeine Religion, sondern ganz konkret die buddhistische Lehre. Nicht mal der Buddhismus als konkrete historisch fassbare Religion. ist damit gemeint. Das würde man dann eher als Sarsana bezeichnen. Also Sarsana, das ist die Lehre des Buddha oder die buddhistische Religion, wie sie sich in der konkreten Realität ausprägt. Bezieht sich aber nur auf den Buddhismus und eben nicht auf andere Religionen. Die würde man dann eben nicht mehr als Sarsanas bezeichnen. Im hinduistischen Kontext kommt dann als dritte Alternative noch der Begriff Darsana ins Spiel. Darsanas sind die verschiedenen religiösen und philosophischen Schulen oder Strömungen innerhalb und außerhalb des Hinduismus. Dieser Begriff steht jetzt allerdings irgendwie quer zu unserem Religionskonzept. Denn die Lehrtraditionen, die als Darsanas bezeichnet werden, sind sowohl solche, die wir als religiös verstehen würden, wie zum Beispiel Buddhismus oder Jainismus. Aber es sind auch solche, die wir eher als philosophisch bezeichnet würden. Also die verschiedenen philosophischen Schulen des Hinduismus sind auch Darsanas. Dieser Begriff entspricht am ehesten dem, was wir im Westen mit Philosophie meinen. Also Philosophie im Sinne von die verschiedenen Schulen und Strömungen, die es in der Philosophie gibt, wie eben Epikureismus, Stoa und so weiter und so fort. Also Sie sehen, auch in Indien gibt es keine Analogie zu unserem westlichen Konzept der Religion. Gehen wir noch ein kleines Stückchen weiter nach Osten, werfen wir noch einen Blick in den chinesischen Kulturraum. In modernen Chinesisch gibt es einen Begriff für Religion, das heißt Zungjiao. Aber dieser Begriff ist ein Neologismus, der im 19. Jahrhundert erst aus dem Japanischen importiert wurde. Und die Japaner haben ihn neu gebildet, um das westliche Konzept von Religion ausdrücken zu können. Denn, wie soll es anders sein, im klassischen Chinesisch gibt es keinen Begriff, der dem westlichen Begriff der Religion entspricht. Es gibt eine ganze Reihe von Begriffen, die ähnliche Bedeutungen haben, ähnliche Funktionen erfüllen. Da wäre zum einen das Wort Ji, das die rituellen Opfer bezeichnet, die für die Götter, die Geister, die verstorbenen Ahnen gemacht werden. Aber dieser Begriff erfasst natürlich wieder nur die rein praktische Seite der Religion. Eng verwandt damit das Konzept von Li. Li ist ursprünglich auch eigentlich das Ritual, aber meint dann sehr bald die dem Ritual angemessene Geisteshaltung, also eine Haltung der Frömmigkeit und dann auch das Formelle, das Sittliche, das Höfliche Verhalten. Wiederum ein Begriff, der vorwiegend den praktischen Aspekt beziehungsweise die auf die praxisbezogene Geisteshaltung bezeichnet. Nun nimmt allerdings dieser Begriff des Li gerade im Konfuzianismus eine abstraktere Bedeutung an, die eigentlich keine religiöse Funktion mehr hatte. Also der Begriff Li bedeutet dann vor allen Dingen eine moralische Haltung. Schließlich noch letzte Alternative, das Wort Dau. Dau ist ein sehr, sehr vielschichtiger Begriff, der wortwörtlich eigentlich der Weg bedeutet. Gemeint ist damit der Weg, den das Universum geht im Laufe seiner permanenten Veränderung. Und abgeleitet davon meint es auch die Natur eines Wesens oder die Natur eines Menschen, mit der man sich im Einklang befinden kann. Dann ist es allerdings auch, dass Dau die Lehre einer bestimmten Person und da trifft es sich ein bisschen mit unserem Begriff der Religion. Das heißt, der Konfuzianismus, die konfuzianische Religion, könnte man im Chinesischen bezeichnen als das Dau des Konfuzius. Aber, wie Sie ja gerade schon gesehen haben, dieses Wort Dau bedeutet sehr viel mehr und sehr viel andere Dinge als nur die Lehre oder die Religion einer bestimmten Person. Heißt also auch hier, ebenso wie in Griechenland und ebenso wie in Indien finden wir auch in China keinen Begriff, der exakt dem entsprechen würde, was wir im Westen als Religion bezeichnen. Heißt das jetzt, dass das Konzept von Religion als ein Produkt der westlichen Geistesgeschichte notwendigerweise auf Europa oder den Westen beschränkt bleiben muss? Also gibt es eigentlich außerhalb des Westens gar keine Religion? Und das, was wir anderswo an kulturellen Phänomenen so vorfinden, können wir gar nicht in diese Zwangsjacke unseres westlichen Religionsbegriffs stecken. So schlimm ist es nun auch nicht. Zum einen sollten wir bedenken, Entstehung eines Begriffs und Anwendung eines Begriffs sind nicht notwendigerweise aneinander gekoppelt. Das heißt, ein Begriff kann auch über den Kontext seiner ursprünglichen Entstehung hinaus eine sinnvolle Anwendung finden. Nehmen Sie als Beispiel den Begriff Demokratie. Klar, Demokratie ist ein Produkt des westlichen Denkens und der Begriff der Demokratie stammt aus dem Abendland, aus dem antiken Griechenland letzten Endes. Aber das heißt natürlich nicht, dass es außerhalb des Westens nicht auch Demokratien geben könnte. Und der andere Punkt ist folgender. Nur weil es für eine bestimmte Sache keinen Begriff gibt in einer bestimmten Sprache, heißt das noch lange nicht, dass es diese Sache nicht gibt in der jeweiligen Kultur. Nehmen Sie als Beispiel das Wort gemütlich. Im Englischen gibt es keine exakte Entsprechung zum deutschen Wort gemütlich. Aber selbstverständlich kann es auch in England oder in den USA gemütlich sein. Nur weil wir kein Wort für eine Sache haben, heißt das noch lange nicht, dass die Sache nicht existiert. Und wenn wir genauer hinschauen, also wenn wir uns China, Indien, das antike Griechenland usw. anschauen, dann stellen wir doch sehr wohl fest, dass die Sache, also das Phänomen, das wir mit dem Wort Religion beschreiben, durchaus vorhanden ist in diesen Kulturen. Es wird nur nicht auf die gleiche Art und Weise wahrgenommen, wie wir es in unserer modernen westlichen Perspektive sehen würden. Gut, es gibt also Religionen überall auf der Welt. Aber was eigentlich das Wort Religion bedeutet, das ist immer noch nicht klar. Und diese Frage müssen wir als nächstes angehen.